Meine Damen und Herren, auch ich darf Sie herzlich begrüßen. Unser heutiges Thema, Wettbewerb entlang der Wertschöpfungskette, war in den vergangenen Jahren viel diskutiert, nicht nur bei uns hier in Österreich, sondern europaweit. Und aus diesen Diskussionen sind auch zahlreiche Initiativen erwachsen. Die wahrscheinlich bedeutendste und bekannteste ist der Vorschlag über eine Richtlinie über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Lebensmittelversorgungskette vom April diesen Jahres, kurz auch UTP-Richtlinie genannt. Sie wird augenblicklich unter österreichischem Ratsvorsitz verhandelt, hat auch für einiges mediales Aufsehen in der letzten Zeit gesorgt im Zusammenhang mit Abänderungsanträgen im Agrarausschuss. Sie erinnern sich wahrscheinlich betreffend Standards für Eigenmarken und auch Zusammenschlüsse zu Einkaufsgemeinschaften. Und dieses Thema hat auch Eingang gefunden in das aktuelle Regierungsprogramm, wo es unter der Überschrift Stellung der Landwirtschaft im Bereich des Wettbewerbsrechts verbessern dann heißt, dass unlautere Geschäftspraktiken bekämpft werden sollen und entsprechende Initiativen sowohl eben auf nationaler als auch auf europäischer Ebene unterstützt werden und forciert werden sollen. Und genau diesen Themenkomplex greift auch der vom Herrn Generaldirektor schon angesprochene Fairness-Katalog an, der am vergangenen Montag vom Generaldirektor gemeinsam mit der Bundesministerin Köstinger präsentiert wurde und eben wie gesagt auch eine schöne Ergänzung zur Agenda der Ratspräsidentschaft bildet. Was war der Ausgangspunkt für diese Initiative der Bundeswettbewerbsbehörde? Es ist bekannt, dass es immer wieder Beschwerden gegeben hat bei uns in erster Linie betreffend die Gestaltung von Konditionen, die aber in der Regel nicht zu Verfahren geführt haben. Und all diesen Beschwerden kann man sagen, war gemein, dass hier ein Machtungleichgewicht bestand zwischen den Geschäftspartnern und dass der jeweils schwächere Partner eben damit rechnen musste oder fürchten musste, dass die Geschäftsbeziehungen abgebrochen werden. Also der allseits bekannte Vierfaktor. Weitere Aspekte in diesem Zusammenhang waren, dass diese Praktiken nicht immer ganz eindeutig auch zuordnenbar waren, kartellrechtlich. Und was in diesem Zusammenhang noch ein gewichtiges Problem ist, Verfahren, beispielsweise Missbrauchsverfahren, braucht selbstverständlich gewisse Zeit. Und genau diese Zeit haben schwächere Unternehmen, gerade wenn es sich um KMU handelt, die hier unter Druck stehen, eben nicht. Das heißt, rasche Hilfe kann hier nicht gefunden werden, muss sich anderweitig um Abhilfe umsehen. Ganz allgemein muss man natürlich sagen, dass die Benachteiligung marktschwächerer Unternehmen, Vertragspartner natürlich auch negative Auswirkungen eben auf diese Unternehmen selbst, eben gerade auf KMU in ihrer Entwicklung haben können und natürlich auch auf die Marktentwicklung insgesamt, etwa im Sinne eines Rückgangs von Innovationen und natürlich auch eines Rückgangs der Angebotsvielfalt für Konsumenten. Bekanntermaßen hat dann aufgrund dieser Situation und Beschwerdelage die Wettbewerbskommission eine Untersuchung durchgeführt mit dem Fokus auf dem Lebensmitteleinzelhandel und diese Untersuchung hat dann gemündet in eine Empfehlung an die BWB zur Ausarbeitung, wie es geheißen hat, eines Code of Conduct zur Lieferanten-Abnehmer-Beziehung. Der BWB war das natürlich auch ein Anliegen. Es war uns aber auch bald klar, dass so ein Dokument, so ein Papier nicht auf eine Branche beschränkt bleiben kann. Das wirtschaftliche Ungleichgewicht kann sich eben je nach Branche zugunsten oder zulasten, eben entweder des Lieferanten oder des Abnehmers auswirken und wir haben uns daher für einen breiteren Ansatz entschieden. Und erste Umrisse dieser Initiative haben wir dann bereits Ende des vergangenen Jahres vorgestellt. Manche Kernelemente, die wir damals präsentiert haben, finden sich auch jetzt im Endprodukt. Und was wir damals auch angekündigt hatten, war, dass wir in Gespräche treten wollen mit allen Stakeholdern, weil es uns eben ein besonderes Anliegen war, diesen Katalog möglichst praxisnah zu gestalten. Das heißt, wir haben zahlreiche Gespräche geführt und unsere Gesprächspartner gebeten, uns mitzuteilen, wo im wahrsten Sinne des Wortes der Schuh drückt, uns konkrete Beispiele für problematische Geschäftspraktiken mitzuteilen. Und wir haben versucht, eben genau diese Beispiele aus dem täglichen Leben möglichst gut in diesen Fairness-Katalog zu integrieren. Aufgrund dieser Gespräche wurde dann ein Entwurf erarbeitet, zu dem dann im Rahmen einer sechswöchigen Konsultation von jedem Stellung genommen werden konnte. Und wir waren auch hier, genauso wie gegenüber den Stakeholdern, sehr dankbar für all die Anregungen und haben hier noch einmal eine Überarbeitung durchgeführt. Nur mehr liegt das Endprodukt vor. Sie haben es auch vor sich liegen. Und ich möchte nur ganz kurz zum Inhalt und zur Struktur einen kleinen Abriss geben. Am Beginn haben wir einmal Kategorien von wohlverhaltenswidrigen Geschäftspraktiken, wie wir das nennen, stehen. Diese Kategorien sind durchaus nicht unbekannt. Sie orientieren sich durchaus an dem, was man kennt, etwa aus dem Bereich des Marktmachtmissbrauchs, aber auch des Lauterkeitsrechts mit den diversen Behinderungspraktiken, Ausbeutungspraktiken und auch solchen, die jetzt nicht eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden können. Daran anschließend finden sich Auslegungsgrundsätze. Und da soll es eben tatsächlich schon ins Praktische gehen, die es dem Anwender in der Praxis eben erleichtern sollen, einen Sachverhalt, eine Geschäftspraktik auch richtig einzuordnen. Und das Kernstück, möchte ich schließlich sagen, ist dann ein Katalog, ein knapp gefasster Katalog, jedenfalls wohlverhaltenswidrige Geschäftspraktiken, eine schwarze Liste, wie man so will, die wir als jedenfalls unfairs wohlverhaltenswidrig betrachten. Jetzt einmal ganz abgesehen von der konkreten rechtlichen Beurteilung, beispielsweise eben durch ein Gericht im Einzelfall, ob nun wirklich im Einzelfall eine Praktik eben etwa als missbrauchter Marktmacht oder ein Verstoß etwa gegen §1 UWG gesehen würde. Daran anschließend versuchen wir einen möglichst anschaulichen Überblick über die wesentlichsten Bestimmungen des österreichischen Rechts zu geben und haben uns hier konzentriert auf die Bestimmungen des Kartellgesetzes, des Nachversorgungsgesetzes, des UGB, natürlich des UWG, aber auch des allgemeinen Zivilrechts des ABGB. Und im Rahmen dieser Darstellung des Rechts haben wir natürlich auch in Praxis Beispiele eingeflochten, die die Bewertung für das Unternehmen, für den Anwender vereinfachen sollen. Den Abschluss unseres Dokuments bilden dann Praxishinweise. Hier geht es darum zu klären, wer ist zuständig und an wen kann ich mich wenden, wenn ich von einer so einer problematischen Geschäftspraktik betroffen bin. Und auch unser Hinweisgebersystem, das sogenannte Whistleblowing-System, wird vorgestellt. Was ist das Ziel dieses Dokuments, dieses Soft-Law-Instruments? Der Generaldirektor hat es auch bei der Vorstellung am Montag schon angedeutet. Es handelt sich hier natürlich um einen unverbindlichen Katalog. Wir haben uns aber ganz bewusst für Soft-Law entschieden. Wir können sagen, dass wir damit in der Vergangenheit auch durchaus sehr gute Erfahrungen gemacht haben, gerade was die Leitlinien zu den Vertikalen, also die Vertikalleitlinien betrifft, die auch sehr gut angenommen wurden. Und auf der einen Seite muss man sagen, es ist ein Instrument ganz bestimmt zur Bewusstseinsbildung innerhalb der Unternehmen. Und daneben steht der Service-Gedanke. Es geht darum, möglichst gut eine Hilfestellung zu bieten. Beispielsweise, indem man vielleicht versuchen könnte, diesen Code of Conduct einzubinden in das Compliance-Programm eines Unternehmens und eben um auch einigermaßen oder sehr recht anschaulich das geltende Recht darzustellen. Und im Zusammenhang mit dieser Information über die Rechtslage auch irgendwo Alternativen aufzuzeigen. In dem Sinn, was mache ich, wenn das eine Instrument, beispielsweise das Kartellrecht, nicht funktioniert? Welche Möglichkeiten habe ich sonst? Es freut uns, sagen zu können, dass unsere bisherigen Rückmeldungen auch durchwegs positiv waren wir erhalten haben. Und wir dürfen auch hoffen, dass unser Fairness-Katalog auf breite Akzeptanz stößt, sodass er dann wirklich das Ziel erreicht, Geschäftsbeziehungen noch sachlicher und fairer zu gestalten. Nach diesem kurzen Überblick über das Werden und den Inhalt unseres Fairness-Katalogs freut es mich jetzt aber, das Wort an unseren ersten Referenten zu geben, Herrn Generalsekretär Plank, der uns das Thema aus landwirtschaftlicher und europäischer Sicht näher bringen wird. Danke. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020